Mein Name ist Heinrich Nüchtern, ich bin hier auf Kur, möchte nur kurz dokumentieren für die Versicherung, dass alles okay ist, alles sehr schön, die Teller sind sauber. Ich finde das prinzipiell auch gut, dass man stiegen, steigen kann im Kurhaus, dass man nicht alles mit dem Lift fahren muss. Wie gesagt, der Arzt hat gesagt, ich habe einen Burnout, aber ich sehe das halt skeptisch. Hier im Kurhaus, ich finde es recht schön, es ist halt das einzige Problem, und das möchte ich Ihnen jetzt schon zeigen, dass ich das Zimmer nicht ganz alleine habe. Herr, bitte, was machen Sie da in meinem Zimmer? Das ist unser Zimmer, Sie kommen, ob ich mal nur Spaß war, Herr Lüchter. Aber Sie sind auf der falschen Seite schon wieder. Wenn Sie da tot sind, dann kommt es nachfrieden, geht's schon. Gut, ich muss sagen, ich habe es dokumentiert, das möchte ich einfach nur festhalten. Machen Sie da einen Kreuter wickeln, lassen Sie mich in Ruhe.